und damit herzlich willkommen zur zweiten folge von borderlands 2 ich hoffe die audioprobleme sind jetzt komplett behoben in der letzten folge hat man mich ja so gut wie gar nicht gehört aber jetzt sollte es besser sein so wir waren auf dem weg hier runter jetzt sammeln wir die haare von den boli monks und ich bin gespannt wie einwandfrei das klappt in der letzten folge gab es nämlich das problem dass mein mikrofon zu leise gedreht war ich habe das jetzt wieder hochgedreht und jetzt sollte es aber funktionieren weiter weg ich hätte deutlicher sein müssen du musst den bolimon mit einem nahkampfangriff töten um sein feld zu bekommen klar du könntest auch einen toten bolimon das feld abziehen aber wo bleibt da der spaß warum einfach wenn es auch kompliziert geht der schlag jetzt in diesem feld abgesehen davon dass es perfekt zu meinem mut passt werde ich es untersuchen für meine almanach über die kreaturen kandoras das ist perfekt bitte sammeln noch ein paar mehr der bolimon ist verwundet jetzt gib ihm mit deiner nahkampfattacke den knagenstoß und du bekommst eine geile schrubflinze die jeder toten kammerjäger abgenommen hat wunderbar und du bekommst eine geile schrubflinze du hast jetzt genug fehl bringe es mir und meine sniper weifel gehört dir hör nicht auf ihn bring mir die felle und ich gebe dir eine schrubflinte ne ne ich nehme lieber die sniper was würde die denn nehmen also ich bin für die sniper aber theoretisch könnte man auch eigentlich mehr feld sammeln um dann beiden eifel zu nehmen ich muss kurz was gucken ähm 24 ok noch ach äh ich hoffe wirklich sehr dass mein auto jetzt funktioniert aber man wird es ja dann eine aufnahme hören es ja fliep und es ich 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 wir ich ich Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Zwar ist Level 5, ob das reicht. Das kriegt man hin. Das sieht doch so schön aus, ne? Diese Polarlichter. Ich habe immer noch keine Skills. Wir meinen haben auch kein Fall. Fall Damage. Okay. Oh. Kann man mitnehmen. Kann man alles verkaufen. Gut, so die Topwaffe ist das jetzt auch nicht, aber wenigstens besser als nur Einschussschrotflinte. Nee, klappt es nämlich immer noch nicht. Ich nehme dafür. Benutze den Aufzug. Wie? Na los. warum ja geht so ich hab einen dicken haufen fleisch der wird das hohe da oben wo ist dieser Ich habe erstmal einen Nebensprung. So. Dann mal hier. Ja. Nein. Oh, wie war denn das nochmal? Ja, ich bin voll. Ich bin voll. Okay. Vielleicht auch nicht. Dann doch ein bisschen stärker zu sein. Ich bin voll. 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 Bleib teil ribelvarden Ich bin voll. Und sie weiß nicht. Mit kinder parlélegen. Oh, ja. Okay, ich bin voll. Du bist breit. Veracaksın. Ja oder so. Wir sagen euch noch nichts. jetzt so hat stich wie eine Biene ach komm warum nicht so ich schau jetzt einmal kurz etwas nach so jetzt bin ich wieder da dann mal auf zum Zwerg hier gab es irgendwo Munition so so damit haben wir jetzt auch mal Granaten dann mal auf nach Blackburn kauf kauf ja keine Ahnung irgendwie so dann 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 oder dann 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 Oh, direkt noch was Die Waffe sah gerade echt nice aus Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben Nääää Man sieht sich Naja Okay Naja Ja, ich auch Mach da einen auf Kinkum hier Okay Manchmal sollte man doch auf eine schnellere Waffe umsteigen Aber ich liebe Sniper Okay 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 Ich hätte den Arm laden wollen Oh Doch nicht ganz tot Level 25 erreicht Okay Okay Ja, wow 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 Ich muss nur einmal was nachschauen Optionen, Temperaturen aus Testbeweisung A A G G G G Und F War wie Ja G und F denke ich mal Womit es mal aus Ich verschwinde Ja 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 Womit gehe dann Nice High-Fact Achja, stimmt ja, da war ja was Ähm Die hier Können wir jetzt austauschen gegen die hier Perfekt Ich glaube das ist die falsche Richtung Jupp, da ist die richtige Richtung Ach, nicht hier wieder Ach, nicht hier wieder So, nochmal kurz was nachschauen. Wieder reingetappt und erstmal geschossen. Jeder muss sterben. Manche früher als andere. Ich sehr viel später. Oh, jetzt kriege ich das toll dafür. Nice. Bisschen sehr spät, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt bin ich 0 Das ist sowieso nix! Oh, Läga. Ach, kann man alles verkaufen. Ach, nicht schon wieder. Immer wieder passiert mir das. Ne? Oh, Läga. Was war denn mit ihm gerade los? Oh, Läga. Hä? Da klettert er halt nicht hoch. Ach, nicht schon wieder. Naja. Bisschen Munizofahrer geht ja mal, ne? Ah, nicht mehr viel Munition. Ist schon ganz gut. Die Munition ist immer gut. Ja, okay. Ja, okay. Wir lachen da so. Nicht schon wieder. Ja. Bisschen Geld, schade? Nee. Bisschen Geld, schade? Bisschen Geld, schade? Hat der gerade gesagt, ich bin nicht lernfähig? Gott. Wow. Ich hab draufgeschissen. Ich wollte mich selber umbringen. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Vielleicht. 157, 146. Direkt ausrüsten. Ah ja. Ja. So. Ähm. Ich schmeiße mal. Die hier schmeiß ich mal weg. Genauso wie dieses Schild. Und nehme dafür dann das und das mit. Ich hoffe es gibt hier noch einen Verkaufsautomaten. Niemand wird mich besiegen. Oh man. Explosiv. Woher du jetzt so schnell wieder abdrücken kannst. Die hier bringen ja sowieso nicht ganz so viel. Die hier sogar noch 31. 32. 32. 37. Die müssen hier nämlich mehr bringen. Dann mal auf zum Polymon reitenden Zwerg. Und findet übermäßig viele Pistolen. Die verblüffende Symbose. Zweitütliche Kreaturen kooperieren um in dieser rauen Welt zu überleben. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Das ist lustig. Ja danach habe ich das gesehen. Und zwar Bistolen? Oh man. Wow. Ich habe hier noch eine Verdrücke in den Händen. Wir haben diese DAS-DAS mit an. Ein extert separate mit der Schreiber. Hehe! Ich habe das DAS-DAS und das DAS-DAS-DAS und das DAS-DAS, die voranzubringen wurden. Wie das DAS-DAS und die Abenteuerung verteilt werden sind? Schnell, eiskalt und effizient und umfassend. Die auch. Die auch. Die auch. Ja, okay. Wenn du ein Morteigst, dann denke ich an Markus Munition. Äh... Ja, okay. Empfiehlst deinen Freunden, Markus Munition. So, einmal kurz die Waffen durchchecken. Was haben wir denn alles? Wir haben die... die... Waffe... Die kann weg. Die auch. Die sowieso. 12x6 Schrotflinte. Nee, ich will jetzt mal nicht mit Schrotflinte. Die beiden können auch weg. So. Das, 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 das... Ja. Ja. Und jetzt wird ein... Zwerg auf den Bullimon gefetzt, ne? Was hab ich genossen. Ja, gut. Okay. Auf den Bord. Da sind wir ja. Ja, der ist. Ja. Das.. Ich schau wieder, ist er schon mal gestorben. Sonst hat er nichts hinterlassen, traurig. Nimm ich auch mal die hier wieder mit und verkauf die dann einfach. Das war's nicht. Ich war's doch gar nicht. Jedenfalls, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gebt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ich freu mich auf jeden Fall über jede Unterstützung von euch und dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschau.